Die werden hier gereinigt, die werden hier wieder in den Stand gesetzt. Wir haben einen Friseurmeister hier, die uns die Perückenfriseur noch immer wieder herrichten. Und in dem Volumen, das da existent ist, habe ich leider gar keine Zahl, weil wir haben auch versucht, die Perücken zu zählen und wir haben das nicht geschafft. Also wenn man hier die Show sieht mit den Roter Perücken Sweet Dreams, da haben alle sieben weiblichen Darstellerinnen diese Perücke auf. Die haben sie auf vier Schiffen, spielt die Show, die haben sie zweimal ausgestattet bekommen, weil sie die Show zweimal spielen. Natürlich schicken wir die nicht mit durchgeschwitzten Verwirklichen das zweite Woche auf die Bühne. Das heißt, das sind 14 pro Schiff, mal vier sind schon kopfgerecht und sprach, 6 zu 50. Und so viele sind immer im Einsatz. Das heißt aber mindestens so viele sind gerade im Container auf dem Weg zum Schiff oder vom Schiff, von der vorigen Cast oder von der nachfolgenden Cast. Einige haben wir hier in Reserve, also von so einer Brücke haben wir gut und gerne mal 130, 140 Stück. Das geht also ratzfatz, das geht ganz schnell. Und dann so aufwendige Dinge, natürlich, die werden dann an Bord auch vorgehalten. Wir tauschen den regelmäßig aus, dass die hier wieder in Form gebracht wird.